Dankeschön, Viktor Börsmann. Ja, wir haben gehört, unsere Technik, die beschallt nicht bis ganz nach hinten, deswegen müsst ihr ganz eng zusammenrücken nachher bei der Abschlusskundgebung. Da werden wir ja wahrscheinlich auf dem Marsch noch sehr viel mehr werden. Und damit alle gut verstehen, müssen wir eng zusammen uns stellen. Es geht jetzt los. Ich weiß nicht, ob einige von euch das schon gemacht haben, aber eine Hauptbaustelle, die die Berliner Friedensbewegung oder auch die deutsche Friedensbewegung im Moment hat, ist der Kampf oder die Arbeit gegen Kampfdrohnen, die ja immer noch angeschafft werden wollen von der Bundesregierung, wenn sie es auch jetzt ein bisschen verbrämen, indem sie erst mal nur Aufklärungsdrohnen anschaffen wollen, die aber dann umgerüstet werden können zu Kampfdrohnen. Wir bitten euch herzlichst, auf diesen Appell zu unterschreiben. Es werden auch ebenso wie die Sammlerinnen und Sammler, die Geld sammeln, werden auch Leute im Zug unterwegs sein, die euch bitten, den Appell gegen die Kampfdrohnen zu unterschreiben. Wir werden jetzt uns Richtung Neue Wache begeben, und zwar nicht auf dem direkten Weg, sondern über den Hackischen Markt. Deswegen, die Aufstellung wird so sein, der Lastwagen hier wird mitfahren, ganz am Anfang. Dahinter gibt es dann unsere kleine niedliche Friedenstaube auf dem Auto. Und dann folgt das Leittransparent und die Plakate und danach folgen dann die tausend anderen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los.